Magdinkover, Start Nr. 26, der nächste Österreicher. Und jetzt schnitzt der Mann irgendwie auch wieder ein bisschen her. So ist er, der wieder Österreicher. Aber schau, ja, oben haben wir nicht genug geflogen. Dann kurz mal eine Zwischenzeit, ich habe nicht gemacht. Der Sinnband. Der Sinnband und trotzdem, wenn man dabei sein will, muss man eben noch voll angreifen. Und er wird wegen dieser schlechteren Spur doch ein bisschen zurückhalten. Da habe ich ihn schon auch tiefer gesehen. 2,40. Das wird so gegen 3 Sekunden werden. Das wird schwierig. Das wird schwierig, Magdinkover ist unterwegs. Jetzt hat er schon diesen neunten Platz in Santa Catarina. Jetzt 2,77 Rückstand.